Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte euch mal eine Fußball-App zeigen und empfehlen. Die Fußball-App heißt Toralarm. Also jetzt ist es im Moment kein Fußball wegen Corona. Aber zeigen kann man ja schon mal. App wird vorbereitet. Also die sagt euch direkt Bescheid, wie viele Tore gefallen sind. Hier ist zum Beispiel die Bundesliga. Gehen wir mal drauf. Runden, also wie viele Spiele schon gespielt werden. So, gehen wir wieder zurück. Das ist der 28. Spieltag, also die Bundesliga ist noch nicht vorbei. So, hier sind die Spieler zum Beispiel. Wie ihr seht, normalerweise wäre ja am 4.4. Ah, jetzt soll das Spiel stattfinden. Am 4.4. sehe ich gerade. Dortmund gegen Bayern. Ja, und alle anderen Mannschaften hier auch, wie man sieht. So, dann habe ich eine Tabelle. Wie immer Bayern ist am ersten Platz. Ja, dann kommt Dortmund. Ja, Leipzig. Und so weiter. So, das sind die Tore. Ja, also noch Lewandowski. Kennt man ja. So, dann zweite Bundesliga hier. Einfach immer draufklicken, dann wisst ihr Bescheid. Also, das heißt, wenn am Samstag ein Spiel ist, dann zeigen die die ganzen Spiele und dann macht das so ein, ja wie sagt man, so ein Ton, Fußball und so. So, wie gesagt, zweite Liga. Ja, Spiele. Hier seht ihr alle Spiele. Tabelle. Wie zum Beispiel hier jetzt Bielefeld. Erster ist. Ja, und die Tore wie überall auch. Ja, was die alles auch noch zeigen, ist Dritte Liga. DFB Pokal. Champions League. Euro League. Ja, und EM wird dann auch noch gezeigt. So, was ich jetzt noch zeigen wollte, hier ganz unten, wo heute steht, da kann man auf Optionen gehen, Benachrichtigungen an- und ausschalten, Team aktivieren, ja und so weiter. Instagram kann man alles auch damit machen, Facebook, Twitter. Ja, ist eine gute App. Oh, jetzt bin ich zurückgegangen. Ja, da wollte ich euch alles mal gerade zeigen. Hier kann man zum Beispiel auch Instagram installieren, sehe ich gerade. So, Liga. So, guck mal hier aus zum Beispiel. England, Liga, Spanien, Italien, Frankreich, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Türkei, Portugal, Schottland, ja und Deutschland natürlich mehr. Ja, da ist aber eine andere Liga, DFB Pokal F, Bundesliga F, das ist was anderes. Ja, das wollte ich euch gerade mal zeigen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefällt hat, lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert die Klocke. Ja, und lasst ein Abo da. Würde mich freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.